Ich bitte Agnieszka Brugger für Bündnis 90 Die Grünen und ich bitte noch einmal die Kollegen, und zwar in allen Teilen des Hauses, entweder der Debatte zu folgen oder dann nur zur Abstimmung zu kommen. Es stört total und es geht hier um ein wichtiges Mandat. Es geht um die Frage, unter welchen Bedingungen wir deutsche Soldatinnen und Soldaten entsenden. Und da hat jeder Kollege, der redet, das Recht, dass ihm zugehört wird, weil es eine sehr wichtige Entscheidung ist, die wir hier treffen müssen. Bitte, Frau Kollegin Brugger, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, über Jahrzehnte haben die Menschen im Südsudan unter Gewalt und Unterdrückung gelitten. Und 2011 gab es mit der Unabhängigkeit ein großes Aufatmen und die Aufkeim der Hoffnung, dass nun endlich mehr Frieden und Sicherheit herrschen würde. Und die internationale Gemeinschaft hat den jüngsten Staat der Welt versucht, auf diesem Weg zu unterstützen, auch in Form der VN-Friedensmission UNMISS, über deren Verlängerung wir heute beraten. Im Dezember 2013 sind diese Hoffnungen aber alle schlagartig erloschen, als Präsident Salva Kiir und sein Vize Rick Machar ihren persönlichen Machtkampf auf brutalste Weise ausgetragen haben. Und am Wochenende haben Sie sich wieder auf einen Waffenstillstand geeinigt. Und ich habe sehr große Skepsis, ob Sie wirklich gewillt sind, ihn diesmal wenigstens umzusetzen. Und die internationale Gemeinschaft muss hier weiter Druck ausüben. Sie muss genau hinschauen. Sie muss mehr Sanktionen verhängen, falls Sie sich wieder an die Vereinbarung nicht halten. Und die Vereinten Nationen sollten darüber hinaus auch der Europäischen Union folgen und endlich ein Waffenembargo gegen den Südsudan verhängen. Meine Damen und Herren, das grausame Ausmaß der Gewalt, die zahlreichen Menschenrechtsverletzungen, die schrecklichen Massenvergewaltigungen und auch der Einsatz von Kindersoldaten, all das ist nicht nur unfassbar, all das muss aufgeklärt und die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Und der Südsudan war immer ein armes Land. Aber dieser verheerende Bürgerkrieg, er hat nicht nur tausend Todesopfer gefordert, sondern auch eine humanitäre Katastrophe ausgelöst. Fast zwei Millionen Menschen auf der Flucht, 3,8 Millionen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Eine halbe Million ist unmittelbar von Tod, durch Hunger und Krankheit bedroht. Und dass der VN-Aufruf zur humanitären Hilfe von den Mitgliedstaaten bisher nur zu 61 Prozent erfüllt wird, das finde ich angesichts der dramatischen Lage beschämend. Und meine Damen und Herren, als die Gewalt kurz nach der letzten Mandatsberatung im Bundestag im letzten Jahr so extrem eskaliert ist, da hat die Friedensmission unmissumgehend reagiert. Und damit meine ich nicht nur die richtige Anpassung des Auftrages der Mission im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, wo der Fokus von Staatsaufbau ganz klar auf den Schutz der Zivilbevölkerung gerichtet würde. Meine Fraktion und ich, wir haben höchsten Respekt vor der schnellen und mutigen Entscheidung der Leiterin der Unmiss-Mission, Hilde Jonsen, die in dieser gefährlichen Lage die Tore der VN-Camps für die Flüchtlinge geöffnet hat. Und ich möchte all jenen danken, die sich auch unter dem hohen persönlichen Risiko für den Schutz der unschuldigen Menschen eingesetzt haben, ob in mit Uniform oder ohne, ob im Rahmen von Unmiss oder außerhalb. Und meine Damen und Herren, wenn man mit denjenigen spricht, die bei Unmiss eingesetzt waren, dann macht mich das sehr betroffen. Denn schnell wird klar, es hätten noch mehr Menschen gerettet werden können, wenn die Mitgliedstaaten, auch Deutschland, schneller und engagierter reagiert hätten. Und nach wie vor wäre eine Stärkung von Unmiss notwendig. Es gibt einen Mangel an bestimmten Fähigkeiten bei der Logistik, bei der Aufklärung, bei der Verlegefähigkeit, bei der Mobilität der Mission. Aber es mangelt auch an Personal, an Ärzten, an Ingenieuren und vor allem auch an Polizisten angesichts der Übergriffe in den Camps. Und meine Damen und Herren, diese Debatte macht mich auch ein bisschen wütend. Hunderttausend Menschen konnten Zuflucht in den Camps der Vereinten Nationen finden. Und allein das zeigt doch, wie richtig diese Mission ist. Und dass eine Ablehnung dieses Mandates derzeit nicht nur unverantwortlich, sondern auch grausam wäre. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linkspartei, dass Sie diesen wichtigen Beitrag immer unerwähnt lassen, weil es ihn eben nicht in den Kram fasst, das finde ich zynisch. Und ich kann Ihre Begründung für die Ablehnung auch nur schwer nachvollziehen, auch logisch, weil Sie kritisieren, dass hier mit der südsudanesischen Regierung zusammengearbeitet wird. Sie kritisieren, dass nicht jede Gewalteskalation verhindert werden konnte. Folgerichtig müssen Sie dann doch ein robusteres Mandat und mehr Truppen fordern. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, auch Ihre Argumentation finde ich wenig überzeugend. Aktuell sind bei UNIS 16 Soldaten und 7 Polizisten im Einsatz. Auch trotz der völlig veränderten, dramatischen Lage bleibt der deutsche Beitrag gleich. Und es wäre lächerlich, wenn es nicht so traurig wäre, dass dann in der Mandatsbegründung steht, UNIS ist ein Schwerpunkt des deutschen Engagements in Afrika. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, ich frage Sie ernsthaft, sieht so die neue deutsche Verantwortung aus? Und meine Damen und Herren, ich denke hier auch an die großen Worte und Ankündigungen von Frau von der Leyen, die gesagt hat, wir können nicht zur Seite schauen, wenn Mord und Vergewaltigung an der Tagesordnung sind. Sit and wait is not an option. Und auch gerade Afrika als Nachbarkontinent lag ihr besonders am Herzen. Und nichts habe ich von der Verteidigungsministerin in den letzten Monaten zur Lage im Südsudan gehört. Und da muss ich sagen, es ist eben nicht mehr Verantwortung übernommen worden, sondern es wurde weggeschaut und abgewartet. Und ich finde das mehr als bitter und falsch, dass Sie das mit diesem Mandat nicht korrigieren, dass der von der Leyen Show an dieser Stelle keine Taten der Bundesregierung vorgibt. Frau Kollegin, denken Sie an die Redezeit. Und meine Damen und Herren, den Menschen im Südsudan, denen hilft weder die wohlfeile Kritik der Linkspartei noch die leeren Verantwortungsfloskeln der Regierung. Und deshalb fordern wir Grüne Sie auf. Erhöhen Sie die Mittel für die humanitäre Hilfe. Setzen Sie sich für ein VN-Waffenembargo ein. Stärken Sie Unmiss. Schicken Sie mehr Polizisten und zivile Experten. Übernehmen Sie Verantwortung. Schauen Sie nicht weg und warten Sie nicht ab. Vielen Dank, Frau Kollegin Brucker. Letzte Rednerin in der Debatte ist Julia Barth.